Rückt etwas mehr zusammen. Und nicht so steif, seid etwas locker. Ja. Tut mir leid, dass ich der Reporterin alles erzählt habe. Aber es ist einfach so rausgekommen. Wieso hast du mir das alles nicht erzählt? Wann hätte ich das machen sollen? Warst du noch ein Freund? Nein. Ich weiß nicht. Nein. Und meinst du, das bleibt so?